In Office-Dokumenten gibt es immer viel zu tun. Inhalte erzeugen, Objekte einfügen und anschließend formatieren. Viele der dazu nötigen Werkzeuge fanden Sie in früheren Office-Versionen in den guten alten Dialogfenstern, die sich mit Vorliebe mitten auf der Arbeitsfläche breitmachten. Viele dieser Dialogfenster sind nun in Aufgabenbereiche umgezogen, die brav am Rand des Fensters auf ihren Einsatz warten. Nichts liegt mehr im Weg und außerdem greifen Sie deutlich schneller auf die Befehle zu. Hier einige Beispiele. Untertitelung des ZDF, 2020